Der Kryptomarkt ist in den letzten 24 Stunden komplett am ausrasten und viele Altcoins sind am steigen. Vor allem auch Bitensor hat die 400 US-Dollar Marke wieder geknackt. Solana steht über 150 US-Dollar und wir befinden uns beim Bitcoin im bisher erfolgreichsten September aller Zeiten mit einem Plus von 7,4%. Die Bitcoin ETFs haben auch wieder zugeschlagen und es gibt Nettozuflüsse von 158,3 Millionen US-Dollar. BingX wurde gehackt und es wurden 26 Millionen US-Dollar gestohlen. Die Commerzbank setzt auf Kryptowährungen und bietet institutionellen Anlegern nun den Kryptohandel an. BlackRock bereitet sich auf eine globale Krise mit Bitcoin vor und die Marktkapitalisierung aller Stablecoins hat erneut ein neues All-Time-High gebrochen. Also es gibt wieder einiges zu besprechen, bevor wir ins Wochenende starten und damit du das Ganze nicht verpasst, bleib auf jeden Fall dran. Ja Leute und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Was ist das bitte für ein schönes Bild innerhalb der letzten Tage? Alleine jetzt schon wieder über die letzten 24 Stunden haben wir einige sehr sehr starke Pumps bei den Altcoins gesehen. Und wir haben noch nicht mal irgendwo die Gier wieder zurück im Markt. Wir sind immer noch im Bereich der Neutralität. Aber das ist doch mal schon ein sehr sehr schönes Bild. Und ich sehe es aktuell auch immer mehr auf YouTube. Es kommen wieder bullische Videos heraus. Viele sagen die Altcoin Season hat gestartet. Ich bin der persönlichen Meinung, das Ganze hat noch lange nicht angefangen. Denn wir befinden uns immer noch sehr weit von den damaligen Highs entfernt. Aber das schauen wir uns gleich noch ganz genau an. Bevor wir jetzt ins Video rein starten, tut mir einen riesen Gefallen und drückt auf den Daumen nach oben. Im letzten Video haben wir 893 Likes erreicht. Und wie ich auch gesagt habe, starte ich hier öffentliche Livestreams, nachdem wir auf die Videos 1000 Likes erreicht haben. Wir sind immer knapp davor, aber lasst uns jetzt bei diesem Video als Community das Ganze uns nochmal vornehmen, hier die 1000 Likes zu erreichen. Ich bedanke mich an der Stelle für euren gesamten Support. Denn durch dieses Like, welches für euch nur ein einziger Klick ist, unterstützt ihr meine Arbeit hier massivst. Und wenn du hier neu auf diesem Kanal bist, würde ich mich natürlich über ein Abo freuen. Denn hier bekommst du tagtäglich News und Content zum Kryptomarkt, zu Altcoins, zum Bitcoin, zu all den wichtigen Geschehnissen, die aktuell so passieren, um bestens ausgestattet und vorbereitet zu sein für den kommenden Bullrun. Gehen wir mal hier drauf ein. Ich habe es gerade auch im Intro gezeigt. Aktuell 7,4 Prozent im September im Plus beim Bitcoin, was aktuell der erfolgreichste September aller Zeiten ist. Aber nochmals habe ich auch in den letzten Videos gesagt, wir haben erst den 20. September. Es kann natürlich immer noch anders laufen. Ein Blick auf die Woche gibt aber da doch schon mehr Hoffnung, wenn wir mal überlegen, dass die aktuell 38. Woche die mit Abstand erfolgreichste 38. Kalenderwoche aller Zeiten gewesen ist. Wir hatten in der Vergangenheit nur drei positive Wochen. Einmal 2018, 2015 und 2013. Und jetzt haben wir hier in diesem Jahr mit 7,18 Prozent eine wirklich massive Performance innerhalb dieser Woche. Es wäre jetzt natürlich schön, diese grüne Welle weiterzuführen. Denn erst letzte Woche hatten wir die erfolgreichste 37. Kalenderwoche aller Zeiten. Und wenn wir uns den Rest des Jahres dann mal anschauen, ist dieser eigentlich historisch immer wieder grün gewesen. Und ich kann es jetzt an der Stelle nochmals sagen, für all diejenigen, die vielleicht jetzt das allererste Mal von mir ein Video sehen. Ich persönlich habe sowieso nur dieses Jahr im Fokus und bis spätestens März 2025, weil da sehr wahrscheinlich eh wieder ein Sommerloch passieren wird. Und jetzt die nächsten Monate, die werden meiner Meinung nach sehr entscheidend werden. Ein Blick mal ganz kurz hier in den Chart. Wir sind weit über der 4 Stunden 200er EMA und haben jetzt hier die 200er Daily SMA angetestet. Sind auch hier an diesem Resistenzbereich. Ich habe es auch gestern in dem Video gezeigt. Diese Box ist aktuell ziemlich interessant, aber es sieht aktuell super gut aus. Ja, man muss es wirklich so sagen. Wir haben natürlich auch einiges an Liquidität unter uns aufgebaut. Wenn man sich die Liquidation Heatmap anschaut, sieht man das Ganze auch. Wir sehen aber auch bei den ETFs, bei den Großen, dass sie weiterhin einkaufen. Und ehrlich gesagt ist der September zwar negativ gestartet, aber entwickelt sich hier aktuell wirklich prächtig. BlackRock kauft aktuell eher weniger ein. Das war vorher eher der Fall. Aktuell legen aber die ETFs trotzdem nach. Erst gestern hatten wir wieder Nettozuflüsse von 158,3 Millionen US-Dollar. Was schon mal super positiv ist. Wir müssen aber auch über negative Dinge sprechen. BingX wurde nämlich gehackt. Es gibt Verluste in Höhe von 26 Millionen US-Dollar. Insgesamt wurden mehr als 360 Altcoins gestohlen. Später dann in Ethereum und BNB getauscht. Und BingX hat dann auch die Auszahlungen gestoppt und pausiert. Und das ist natürlich ein harter Schlag. Aber man muss wirklich dazu sagen, auch wenn jetzt hier ein Hack stattgefunden hat, hat das Ganze jetzt keine großartigen Auswirkungen auf den Kurs gehabt. Das ist natürlich ein harter Schlag. Aber BingX hat auch schon bestätigt, dass sie die Verluste aus ihren eigenen Kapitalreserven decken werden. Und das ist schon ein sehr positiver Move. Aber zeigt auch, dass immer wieder etwas passieren kann. Auch wenn eine Börse super sicher ist, kann es immer wieder Sicherheitslücken geben. Und deswegen ist es wichtig, Self-Custody zu betreiben. Nicht alles auf Börsen zu lagern, sondern die Börsen ausschließlich nur für das Handeln zu verwenden. Weil es kann immer etwas passieren. In dem Fall natürlich hat man jetzt als Endkunde nichts verloren, weil BingX für diesen Verlust aufkommt. Aber es kann immer etwas geschehen. Und das ist an der Stelle super, super wichtig. Ich persönlich verwende ja als Börse aktuell Blowfin. Blowfin hat auch ein Proof of Reserve, ähnlich wie Bitgeld mit einem Merkle Tree. Und aktuell habe ich eine weitere Kampagne gestartet hier mit Blowfin, wo ihr nochmal zusätzlich einiges an Bonus abholen könnt. Wenn ihr einmal unten in der Videobeschreibung auf den Link klickt, könnt ihr euch das Ganze auch nochmal ganz gezielt durchlesen. Und ihr spart euch auch noch zusätzlich 10% Cashback und unterstützt natürlich hier auch meine Arbeit. Und Blowfin ist aktuell eine sehr aufstrebende Börse. Also es kommen jeden Tag neue Spotlistings. Futures Trading funktioniert hier sowieso wie ein Uhrwerk. Und jeden Tag kommen neue Updates hinzu, die uns als Trader hier einige Vorteile bereiten. Also gerne mal abchecken. Link dazu wie gesagt unten in der Videobeschreibung. Eine weitere News ist diese hier, nämlich über die Commerzbank. Ja, auch in Deutschland passiert hier mal etwas. Denn diese setzt jetzt auch mal auf Kryptowährungen. Wir erinnern uns, damals kam auch etwas durch die Volksbank. Hier ist es aber so, dass die Commerzbank institutionellen Kunden den Handel mit Kryptowährungen ermöglichen möchte. Und zwar arbeiten sie dort mit der Tochterfirma der deutschen Börse, Crypto Finance, um diesen Kryptohandel dann auch zu vollziehen. Die Commerzbank übernimmt dann die Verwahrung der Kryptowährungen und Crypto Finance übernimmt den Handel. Ich persönlich wäre kein großer Freund davon, über eine direkte Bank das Ganze zu machen. Natürlich hat man da irgendwo eine Sicherheitsleistung, aber wir machen ja irgendwo Krypto, um uns von diesem Bankensystem nachhaltig lösen zu können. Und da kann immer irgendwas passieren. Und am Ende sagt die Bank dann, nee, du kriegst jetzt hier deine Assets nicht mehr. Und auch da, not your keys, not your coins. Und Krypto bietet uns einfach die Möglichkeit, Self-Custody zu betreiben, unsere Assets auf dem Hardware-Wallet zu parken. Und da über unsere eigenen Assets zu verfügen. Dann gibt es hier noch Neuigkeiten zu BlackRock, denn diese bereiten sich aktuell vor auf eine Krise und sagen selbst, dass das zu einem Preisboom führen könnte. BlackRock gibt bekannt, dass es sich in aller Stille auf eine 35 Billionen Dollar schwere Federal Reserve Dollar Krise mit Bitcoin vorbereitet, die einen plötzlichen Preisboom auslösen dürfte. Denn BlackRock sagte, dass durch die Sorge, dass der US-Dollar am Rande eines totalen Zusammenbruchs steht, die Sorgen wachsen könnten und vor allem aufgrund des hohen Schuldenberges von 35 Billionen Dollar das institutionelle Interesse an Bitcoin steigen dürfte. Denn ein Blick auf die US-Debt-Clock zeigt, dass wir nicht nur 35 Billionen US-Dollar hier an Schulden haben, sondern mittlerweile schon 35,38 Billionen US-Dollar und das ist wirklich crazy. Man muss sich das Ganze einfach mal anschauen und überlegen, wie viel Geld da draußen wirklich existiert. Das Ganze geht im Sekundentakt nach oben und ich finde das wirklich erschreckend. Und für diesen Schuldenberg, der alle 100 Tage um eine Billion US-Dollar wächst, soll kein Ende in Sicht sein. Was können wir daraus lernen? Ja, die Großen fangen wieder weiter an zu akkumulieren. Ja, die Großen kaufen weiter ein. Wir hatten es auch in den letzten Videos, dass die Wale immer weiter einkaufen. Und das Einzige, was wir tun müssen, ist denen zuzuschauen und denen nachzumachen. Deswegen ist es auch super wichtig, dem großen Geld zu folgen, um dann auch zusätzlich davon profitieren zu können. Denn wenn du 10 Millionen US-Dollar im nächsten Bullrun als Profit machst oder von mir aus auch eine Million oder 100.000, was ist das bitte zum Vergleich zu einer verwalteten Summe bei BlackRock von 10 Billionen US-Dollar oder hier dem US-Schuldenberg? Das ist gewaltig, was hier für Geld unterwegs ist. Und die Profits, die wir machen, das ist ein Witz gegenüber dem, was da draußen wirklich unterwegs ist. Was auch ein sehr bullisches Zeichen ist, für mich persönlich ist, dass die Stablecoin-Market-Cap immer weiter steigt. Diese ist hier erneut auf ein All-Time-High geschossen mit insgesamt 167 Milliarden US-Dollar an Marktkapitalisierung, die nur darauf warten, auch wieder in den Markt hinein zu fließen. Weil das, was wir aktuell sehen, das ist doch nur der Anfang. Wir sind noch sehr weit von den alten Höhen entfernt. Schauen wir uns nämlich hier alleine nur mal Bit-Tensor an. Klar hat er jetzt 400 Dollar geknackt, aber wir sind immer noch 45,2% vom All-Time-High entfernt bei 757,60 Dollar. Die Performance ist natürlich gut, aber da ist noch super viel Luft nach oben. Und so sieht es bei ganz vielen anderen Altcoins ebenso aus. Auch Solana hat jetzt 150 US-Dollar geknackt. Auch hier sind wir von diesen Höhen noch sehr weit entfernt. Und dieser Run, der jetzt auch in meinen Augen in nächster Zeit auch folgen wird, beziehungsweise befinden wir uns in den Anfängen. Es kann natürlich auch noch mal zu einem kleinen Shakeout kommen, aber dieser Run, der jetzt kommt, der wird life-changing werden für sehr, sehr viele Menschen da draußen. Und da ist es natürlich wichtig, dass man dann auch Profite realisiert und nicht gierig wird. Es bleibt auf jeden Fall abzuwarten, wie sich jetzt das Wochenende weiterhin verhalten wird, ob der Markt vielleicht noch mal fällt oder ob wir weiterhin pumpen und wie sich vor allem dann auch das Sentiment im Markt verändert. Ob wir dann in den Bereich der Gier beziehungsweise auch extremen Gier hineingehen werden oder eben im neutralen Bereich bleiben. Ich persönlich habe mir auch diesmal vorgenommen, dass ich im Bereich der Gier beziehungsweise extremen Gier auch schon mal ein bisschen Profite nehme. Nicht viel, 3 bis 5 Prozent, aber um einfach mal das Sentiment mitzunehmen und komplett antizyklisch zu handeln. Übergeordnet habe ich natürlich noch ganz, ganz andere Kursziele als die, wo wir uns aktuell befinden. Deswegen auch nur diese 3 bis 5 Prozent, um einfach ein paar Chips vom Tisch zu nehmen. Trotzdem bleibt es spannend und ich bin mehr als motiviert für das vierte Quartal. Lasst mir auch gerne mal in den Kommentaren eure Meinung zur aktuellen Situation da. Wie geht es euch mit den Profiten, die aktuell da sind? Was geht in euch persönlich so ab? Welche Gedanken kommen in euch auf? Bin auf jeden Fall gespannt, was ihr dazu sagt. Und nicht den Like vergessen, denn ich habe Bock auf Livestreams. Und wenn ihr auch Bock auf Livestreams habt, zeigt es mir, indem wir hier 1000 Likes auf dieses Video erreichen. Und wenn du neu auf diesem Kanal bist und zukünftig keines meiner Videos verpassen möchtest, lass gerne ein Abo da. Check auch gerne eines dieser beiden Videos aus und ansonsten sehen wir uns morgen zu einem neuen Video. Ich wünsche dir weiterhin einen schönen Tag. Peace. Ciao, ciao.